Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joke Craft und herzlich willkommen zu einer endlich heiß ersehnten weiteren Episode Redstone Freizeitpark. Grundsatz zu Episode 101, 101, was für eine große Zahl an Episoden. Lange, lange zurück liegt die hundertste Episode, in der ihr selber hattet die Möglichkeit gegeben, im Freizeitpark herumgehen zu können. Warum mache ich Sätze so kompliziert, die eigentlich so einfach sind? Ihr hattet die Möglichkeit, im Freizeitpark herumgehen zu können? Wow, tolle Satzstellung, ehrlich. So, und in der heutigen Episode geht es endlich mal wieder weiter. Aktuell befinde ich mich im Klausurstress und ich denke mir so, ich mache mal eine Auszeit von Klausur lernen und so und denke mal so, ja, jetzt mache ich mal Redstone Freizeitpark. Also, bis zur nächsten Episode Freizeitpark wird es auch wieder noch ein bisschen dauern, aber es geht endlich weiter und das wollen wir alle. Wir alle wollen diesen Freizeitpark endlich auch mal fertiggestellt haben. Aktuell ist ja viel los auf meinem Kanal. Redstone Bank ist gerade das Überbrückungsprojekt, bis alles soweit fertig ist und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es denn da so jetzt laufen wird. Was mache ich denn jetzt hier? Abreißen. Warum reiße ich denn ab? Weil wir in zukünftigen Episoden einen Gast haben werden. Und zwar, das habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt, aber jetzt machen wir es mal ganz offiziell hier im Rahmen des Redstone Freizeitparks. IOSA100 hat sich bereit erklärt, mit mir zusammen hier im Redstone Freizeitpark herumzubauen und er ist ja ein Spezialist für Farmen in Minecraft. Mit anderen Worten, ähnlich wie beim Piston House Rival, was ich ja gerade mit Name Metos und Yama zusammenspiele, wird er zu Gast bei mir sein hier in der Redstone Freizeitpark Map und mit mir zusammen Farmen entwickeln. Das heißt, ich werde Redstone bauen und er wird unterdessen hier, wo ich jetzt gerade hier mal das Wasser wegmache, eine Farm hinbauen. So, und das Ganze möchte natürlich vorbereitet werden und aus eben diesem Grunde reißt sich noch hier alles ab. Er meinte, es lassen sich hier ein paar coole Farmen hinbauen und wir hatten eine Lösung uns erdacht, beziehungsweise als wir dann so ein bisschen überlegt haben, wie können wir das machen. Er sagte nämlich, wir brauchen Knochenmehl ab und zu mal bei verschiedenen Farmen, denn wir wollen ja wirklich möglichst viele verschiedene Farmen bauen. Das Schöne ist aber, unsere Gedankengänge und unsere Gespräche werden wir noch machen. Mit anderen Worten, iOS 100 weiß nur eins, er ist eingeladen und soll mal demnächst vorbeischauen. Er weiß aber noch nicht genau, was genau hier getan werden soll und das werden wir zusammen dann im Video herausfinden. Also, das werden wir zusammen diskutieren vor laufender Kamera. Die Idee ist aber die folgende. Er sagte nämlich, dass er Knochen-Trocken, nein, falsches Spiel, dass er Knochenmehl benötige. Und das Problem ist, Knochenmehl muss gekraftet werden. Das kann nur ein Spieler. Es gibt aktuell noch keinen automatischen Werkbank, wo man so mit Trichtern, ne, Items oben rein und andere Items raus. Mojang, das wäre doch mal ein Vorschlag. Mensch. So, und die dachten uns, diesen Raum könne man ja hier nutzen. Man könne sich in diesem Raum, das war dann so mein Geistesblitz, der mich da plötzlich überkam, was können wir mit diesem Raum machen? Toiletten. Ja, wie viele von euch wünschen sich Toiletten? Pass auf, wir machen heute. Heute machen wir Toiletten im Freizeitpark. Ich finde, zum Anlass der 101. Episode, zum Anlass einer so coolen Episode Freizeitpark, bauen wir Toiletten im Freizeitpark. Läuft. In diesem Raum soll man dann später Knochenmehl bekommen, beziehungsweise machen. Der Spieler muss hier Knochenmehl machen und wenn der Spieler Knochenmehl macht, kann er sich dafür dann Tickets verdienen. Und so haben wir immer Knochenmehl da raffiniert. Ja, ich weiß nicht. So, Toiletten. Wir machen endlich mal Toiletten in den Freizeitpark. So, das hier unten kann ich nochmal selber abreißen, das müssen wir ja nicht vor laufender Kamera machen, wir möchten hier was schaffen. Ich habe mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht, wie wir eine Toilette bauen. Ich dachte mir schon, wenn Toilette, dann Redstone-Toilette. Ich meine, man kann die einfache Art gehen und einfach so, aber das ist ja technisch nichts. Wir sind ja Redstone-Profis. Wir müssen, wenn wir eine Toilette bauen, dann soll die auch, dann soll die was können, ne? Also wenn ihr versteht, was ich meine. Die Frage ist, können wir die Toilette flaschen? Also dass da tatsächlich so Wasser reinläuft, das wäre ja cool, wenn das möglich ist. Problem ist nur, und da würde ich jetzt ganz gerne mal in meine Testwelt gehen, da können wir ja rumexperimentieren, was die Toilette angeht. Wir müssen jetzt eine Toilette entwickeln. Wir entwickeln eine Toilette. Ist das geil? Heute ist die Episode der Toilette. Ist das, ah. So, das sieht ja aus wie eine Toilette. Wenn man das in die Wand baut, könnte man den Eindruck haben, das wäre eine Toilette. Kann aber nicht flaschen. Nach dem Worten, es ist ja kein Wasser da drin oder so. Das wäre ja cool, wenn man irgendwie der, jetzt da Wasser reinkriegen könnte, ne? Aber das Problem ist, so wird das nix mit Trichtern, mit Wasser da drin. Okay. Ähm. Aber was wir auch noch machen können, ja, Moment mal. Das ist brillant. Ähm. Wir machen das doch mit dem Trichter, aber unter die Toilette muss irgendwie eine Redstone-Fackel gehen, weil, weil, pass auf, in der Toilette ist kein Wasser drin, aber wenn man jetzt, machen wir es schwarz, dann ist es wie zensiert, ne? Wir tun mal so, ob das schwarz zensiert ist, ne? So, wir zensieren jetzt, was passiert, okay? So, einmal bitte alle weggucken. Na gut, treffsicher, er ist noch nicht mal treffsicher, er kann noch nicht mal treffen. The Joe Craft kann noch nicht mal, okay, neues Thema. So, also, wenn man denn dann sein Geschäft mache, in die Toilette, so bliebe das in der Toilette drin, weil, es ist ja auch so eine Toilette, das verschwindet ja nicht, das bleibt ja in der Toilette drin, bis man dann die Toilette abzieht, ne? Ihr kennt ja bestimmt, viele von euch, dieses Video im Internet, wo da plötzlich die Mutter in das Zimmer von zwei Mädchen reinrennt, da sind so zwei Mädchen, die gerade YouTube machen und plötzlich die Mutter so. Also, wer von euch hat nicht nach seinem Geschäft auf der Toilette abgezogen? Es ist einfach nur ekelhaft! Oder halt dann gemäß der Übersetzung, it's disgusting! Also, sollte man kennen, wenn man in der Welt des Internets zu Hause ist, das böse Internet. Oh, hab grämt, hab Angst vorm Internet. Es will nur spielen. Okay, Idee wäre zum Beispiel jetzt, jetzt hier so, ne? Pursuf, klicke die Glack und, uh, es ist in der Toilette drin. Selbstverständlich dann natürlich mit automatischem Recycling. Mit anderen Worten, die Toilette ist noch nicht allzu gut gebaut. Denn das Ganze, ja, ja, im Freizeitpark, wir sind ein besonderer Freizeitpark. Wir recyceln, was in die Toilette kommt. Und es kann ja sein, dass irgendjemand, ja, es gibt ja Menschen, die, ich sag's mal auf gut Deutsch, die scheißen Geld. Und die Menschen, die Geld scheißen, die sind natürlich rentabel für den Freizeitpark. Stellt euch vor, da kommt jetzt ein reicher Snob an, oder wie ich nun als Student gelernt habe, zu sagen, Justus Aurelius. Könnt ihr ja mal googeln. So, und der macht sein Geschäft hier rein. Lalalalalala. Dann habe ich ja ein Profit im Freizeitpark von diesem Geschäft. Das Ganze soll natürlich dann ins Lagersystem gebracht werden. Und der letzte Rest kann man dann abholen bei der Pfandrück. Oh, nee. Äh, disgusting. Äh, okay, gut. So, also, das wäre die Idee und die Toilette soll noch irgendwie... Pass auf, 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 pass auf. Wir können so, wir können so doch das theoretisch blocken, ne, oder? Yes, 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 das geht so. Okay, äh, wenn das so geht, dann brauchen wir doch irgendwie einen Knopf. Den können wir theoretisch hier hinsetzen. Der Knopf darf nicht direkt über dem Trichter sein. Ihr müsst wissen, wenn der Knopf, also wenn ich jetzt den Knopf so hinpacken würde, würde das nicht funktionieren, da der Knopf ja den Trichter sperrt. Aber, müsste, oder müsste es doch funktionieren, weil immerhin, hier ist ja ein Repeater dazwischen. Wenn hier ein Repeater dazwischen ist, dann wäre folgendes. Ich, pass auf, ich werfe hier was drauf, ne, und ich drücke den Knopf und erst passiert nichts, aber sobald, genau. Oh, das funktioniert doch, das ist doch nicht so unraffiniert. Und die Items wandern dann nach unten. Oder? Ja, jetzt bleiben, ja, Moment, das ist nicht gut durchdacht. Die Items bleiben schon hier drin, die sollen ja nicht hier drin bleiben, die sollen ja weiter wandern. Die sollen ja nur reingelassen werden. Oh, das ist schon schwer, weil das Problem ist, jetzt würde ja der... Okay, das heißt, die Toilette ist noch nicht, ist noch nicht akzeptabel. Die Toilette muss komplexer gebaut werden. Die Toilette benötigt ein Ram. Denn, pass auf, was jetzt mein Problem ist, das ist ja ein schönes, nettes Design, was ich mir jetzt hier erkoren habe. Das Problem ist nur, was ist, wenn jetzt jemand so richtig, so richtig Druck auf der Pipeline hat, um das mal so nett umzuschreiben, ne, und jetzt hier mal so richtig Druck auf der Pipeline hier reinlaufen lässt, ne, und dann mal so richtig die Toilette verstopft ist. Ihr seht, die laufen nicht weiter, die Emeralds. Die laufen jedes Mal weiter, und ich klicke, laufen ein, läuft ein Emerald. Kann ich noch nicht mal den Plural verwenden. Läuft ein Emerald weiter, okay. Okay, das heißt, die Toilette ist noch nicht gut. Die Toilette muss also merken, solange Items in der Toilette drin sind... Ist das nicht irre, wie wir uns heute die ganze Zeit um eine Toilette kümmern? Egal. Solange Items in der Toilette drin sind, soll die Toilette geleert werden. Ah ja, seems legit. Okay, heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier Druck drauf geben... Ich mach's mit Emeralds, weil's einfach so lustig ist. Ah, okay, das kann nicht gemessen werden hier. Mist. Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mist. Mist. Okay, was baue ich hier? Einen Scheiß baue ich. Ich kann heute die ganze Zeit solche Witze machen. Vielleicht fallen euch ja noch ein paar nette Wortspiele und Witze zu dem ein, was ich hier mache. Bestimmt. Bestimmt. Das ist was für die Abi-Zeitung im YouTube-Sinn. Ehrlich. Heute, na egal. Also, wir müssen die Toilette nochmal anders konstruieren. Irgendwie muss das Ganze ja in die Wand reingehen. Das wäre ja gut, wenn wir das irgendwie so in die Wand reinlaufen lassen. Und dann geht da so in die Wand rein und da geht nach unten und ich merke gerade... Lasst euch nicht stören, davon solltet ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hören. Und ihr könnt ja mal erraten, was ihr dort im Hintergrund bei mir hört, falls man es hören kann. Egal. So. Ähm. Die Toilette... Wie mach ich das denn jetzt? Wir brauchen eine Technik von unten. Also, irgendwie muss ich ja das hier blockieren. Die Fackel blockiert jetzt nur den Trichter. Die würde auch noch den Trichter blockieren. Aber die Items wandern trotzdem weiter nach unten, weil der Trichter von unten, also der Trichter hier saugt. Die Items aus diesem Trichter raus. Ne? Aber die Items könnten nicht von hier nach unten laufen. Das heißt, es müsste in der Wand sowas hier sein. Das ist auch Käse. Das führt zu nix. Okay. Okay, okay, okay. Dann machen wir das anders. Ähm. Dann müssen... Wir müssen das auch so, so, so machen, weil der Boden ja so ist. Okay. Ne, 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 jetzt wird's funktionieren. Jetzt wird... Ach doch, jetzt wird... Äh. Min. Äh. Mir fallen gerade keine Beleidigungen ein. Ähm. Funktioniert auch nicht. Ähm. Das ist nicht gut. Wir müssten in Minecraft arbeiten. Wir müssten theoretisch hier ein Minecraft hinsetzen. Also, so. Also, so. Und, so. Ein Minecraft, theoretisch würde... Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Keine Ahnung. Ähm. Das Problem ist ja bei den Minecrafts... Das Minecraft würde jetzt die Items raussaugen. Ne? Nach unten. Okay, die Items würden bis hier unten laufen. Würden sie nicht. Sie bleiben im Minecraft drin, weil dieser Trichter gesperrt ist. Okay. Vergessen wir die Idee mit der Minecraft. Jetzt muss ich diesen Trichter hier blockieren. Ohne dabei andere Sachen zu blockieren. Was wäre, wenn ich so gehen würde? Jetzt mal so gucke. Also, das blockiert jetzt den Trichter hier, ne? Aber das würde... Ah. Mh. Mh. Menno. Das würde nicht den Dropper hier blocken, ne? Das blockiert den Trichter, okay. Aber den Dropper blockiert es auch. Warum? Weil der da drunter geblockt ist. Kann das sein? Ja, das ist... Mann, okay. Wieso ist die Toilette so kompliziert? Äh. Das muss doch irgendwie möglich sein. Also, wir müssen irgendwie... Also, ich muss eine Wand haben. Jetzt möchte ich aber bald mal ein Ergebnis haben. Aktuell ist es noch nicht so. Okay. Und was wäre, wenn wir es nochmal ganz anders lösen würden? Oder tatsächlich... Maika, aber es muss ja so eine Wand geben, ne? Und... Naja, wir können eine Fackel an der Seite machen. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie wir... Wie wir das tatsächlich lösen können. Oder... Moment mal. Das Problem ist, die Toilette... Ah, Moment. Wir können ja mit Slabs arbeiten. Das heißt, wir können ja theoretisch die Toilette irgendwie... Ähm... In Slabs verpacken. Also... Diesen ganzen Toilettenraum... So... Vom Boden her machen, ne? Dadurch gewinnen wir ja ein bisschen Spielraum für Technik. Ne? Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen Spielraum für Technik gewonnen. Ich habe die Möglichkeit... Zu überprüfen, ob in der Toilette was drin ist. Oh, das würde funktionieren. Okay, okay, okay. Das funktioniert. Ich habe die Möglichkeit zu überprüfen, ob in der Toilette was drin ist. Und zwar... So. Und ich kann Items rausholen direkt nach unten. Das heißt, die Items würden so direkt nach unten gehen. So. Und da der Gag ist jetzt... Jetzt machen wir doch ein Dings an die Wand, aber der wird die Items gar nicht aussaugen. Mit anderen Worten, was passiert jetzt? Wenn ich jetzt hier ein Item reinwerfe, wird das Item nach unten gehen und nicht in die Wand. Weil Priorität hat immer der ziehende Trichter von unten. Und noch bevor das Item weiter gedrückt werden kann, wird es über diesen Trichter rausgesaugt. So. Dann sind hier quasi unsere Slap-Stufen. Das ist dann egal. Und der... Moment. Würde nicht funktionieren, weil... So. Okay. Der Gag an der Geschichte ist... Dass ich mich vertan habe. Nein, ich habe mich nie vertan. The Jocraft vertut sich nicht. The Jocraft vertut sich nicht. Steht immer noch vor dem gleichen Problem wie vorhin. Wir müssen doch mit dem Minecraft arbeiten. Oh. Funktioniert nicht. Der wird diesen... Och, goh, Mann. Herre. Dann... Pass auf. Dann... Pass... Okay. Es muss doch möglich sein. Pass auf. Es muss ja möglich sein, dass dieser eine gesperrt wird und die Items abgibt. Nach unten oder irgendwo anders hin. Ähm... So. Kurzer Cut. Entschuldigung. Ach. Muss ich nicht anstecken können. Also. Es muss ja irgendwie möglich sein. Ähm. Von unten das Ganze zu nehmen. Ansonsten... Pass auf. Kann ich ja so noch das Ganze bebrauchen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie viel drin ist. Hier drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt einmal diese Fackel quasi wie einen Schalter kurz an- und ausschalte... Hätte ich ja nicht das Problem gelöst, dass immer noch viel... Also, dass immer noch mit Verstopfung... Wir haben ja immer noch diese Verstopfungsprobleme. Also, wir... Nehmen wir jetzt mal irgendein Item. Das zum Beispiel. Das ist jetzt mal eine Verstopfung. So. Die kommen jetzt da rein und... Wird in die Toilette gelassen. Dann bleibt... Oh. Ach, sie wird rausgesaugt. Und damit hätte sich das Problem gelöst. Okay. War doch nicht so kompliziert, oder? Jetzt müssen wir nämlich nur noch Folgendes machen. So. So. Und so. Ja, liebe Leute. Vielen Dank an diejenigen, die sich tatsächlich diese Tortur angetan haben, das sich jetzt komplett anzugucken, was ich jetzt gerade gemacht habe und nicht vorgespult haben. Aber das ist tatsächlich... Guck mal. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Über 10 Minuten für die Toiletteentwicklung eines so einfachen Designs. So einfach. So einfach. Unverschämt. So. Also. Wir haben jetzt ein einfaches Design-Earbeiter. Das dauert tatsächlich mal so lange. Das ist in Minecraft, ne? Irgendwas rauszufinden und so dauert echt mega lange. Ähm. Die Frage wäre jetzt ja immer noch, wo bauen wir die Toilette ein? Und vor dieser Frage drücke ich mich im wahrsten Sinne... Oh Gott, nein. Nicht schon wieder. Diese Witze. Diese zweideutigen... Oh. Geh weg. Hier. Ähm. Vor dieser Frage... Diese Frage meide ich jetzt ja schon seit einer halben Ewigkeit. Hier haben wir keine Platz im Berg. Schade. Ähm. Ticketshop? Ne. Der Ticketshop... Nein. Den mache ich doch nicht zur Toilette, den Ticketshop. Der ist doch viel zu schön. Ich würde die Toiletten auch nicht direkt hier am Eingang machen. Ich würde im Hotel eine Toilette machen. Kann ich die hier in die Technik irgendwo reinpflanzen? Nein. Nicht so viel Platz. Nicht so viel Platz. Nicht so viel Platz. Hier schon gar nicht. Hm. Hm. Hier könnte man in den Berg... Obwohl, ne. Das ist ja der Eingang zum Untergrundbereich. Ja. Da machen wir die offiziellen Toiletten in der Wüste. Ne. Pass auf. Die Wüste wird... Und vielleicht sollte ich dieses Symbol rote Blume und Wasser... Ich glaube, das ist nicht so. Aber sonst denkt man, dass hier die Toilette ist. Hier ist ja nicht die Toilette. Ne. Das ist ja nicht die Toilette. Das ist die Wüsten-Oase. Und nicht die andere Oase. Das heißt, die Toiletten müssen irgendwo in der Wüste gebaut werden. Hm. Da ich ja so oder so... Pass auf. Ah, das ist eine gute Idee. Wir haben ja hier so eine Art... Tunnel. Der entstehen wird in der Wüste. Ungefähr grob geskizziert. Mal ganz kurz. Der Tunnel wird ungefähr so verlaufen. Und liegt als Abgrenzung durch den Berg. Das wird quasi der Tunnel... Und das hatte ich mir schon überlegt. Hier soll so ein Tunnel so durch. Der Tunnel geht so hier weiter, ne. Und verbindet dann quasi das Spiel da oben, also die Litretstation, die Bahnstation und die Toiletten. Die jetzt ganz offiziell hier einen Platz finden. In diesem Tunnel quasi. Na gut, der Tunnel muss ein bisschen größer werden. Wird halt quasi ein kleines Gebirge, was ja hier entsteht. Quasi. Ja, so ungefähr. Unter Berücksichtigung, da ist natürlich eine Parkwand existieren muss. Denn wir wollen ja diesen Platz hier freihalten für unser Bogenschieß-Minigame, welches gebaut werden soll. An dieser Stelle. Ist heute eigentlich Sonntag? Ja, heute ist Sonntag. Ich veröffentliche dieses Video jetzt morgen, also am Sonntag. Ich hatte jetzt einen freien Tag mal gewonnen in meinem Uni-Klausur-Stress und dachte mir, komm, machste Freizeitparkaufnahmen. Ich hatte gerade mit Metos zusammen die Aufnahmen für PHS gemacht, Business House Rival. Die machen wir immer samstags, für die, die es wissen wollen. Und dann dachte ich mir so, kann ich jetzt noch ein bisschen Freizeitpark machen? Und vielleicht gibt es dann noch die Woche Einsendungen, wenn ich es schaffe, morgen Abend noch Videos zu machen. Aber dann muss ich auch schon wieder lernen. Ansonsten Klausuren verkacken ist nicht so schön in der Uni. Toiletten. Machen wir dann irgendwie. Es muss ja noch, ah, es muss noch eine Ticketentwertung bei der Bahn hin kommen. Das darf ich nicht vergessen, dass es ungefähr auch noch hier mit rein soll. Planen wir mal ganz kurz den Tunnel. Ich plane ihn sehr eckig, schön bauen können wir dann immer noch. Das hier wird Eingang zur Bahnstation. So. Und so. 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 Und dann müssen wir noch einen Eingang nach oben haben. Das geht dann irgendwie hier entlang. Und dann geht es irgendwie in der Treppe nach unten. Und die Treppe führt dann hierher. Dann kommt hier nochmal so ein, du darfst nicht betreten. Also, bitte nicht betreten. Viech hin. Und das wird dann verbunden mit da oben. Wollen wir mal so. Wenn das für mich klar ist. Dass das so zusammengehört. Das werde ich vielleicht alleine bauen. Das müsst ihr vielleicht nicht sehen. Das könnte vielleicht langweilig sein. Und dann könnten wir hier einen Durchgang machen. Zu der Toilette. Machen wir einen Doppeldurchgang. So. Machen wir Unisex-Toiletten? Also, für Männer und Frauen? Nee, machen wir. Machen wir getrennt. Einmal für Alex und Steve. Oh. Das finde ich gut. Für Alex und für Steve. Die Toiletten einmal für Alex und für Steve. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Wie bauen wir diesen Toilettenbereich auf? Wir machen folgendes. Wir gliedern ihn in So. Und so. Die Männer, die brauchen nicht so viel Platz auf der Toilette. Die Frauen, die brauchen mehr Platz. Das habe ich gelernt. Zumindest ist das irgendwie auf jeder Toilette so, die ich kenne. Sind die Frauen natürlich. Die haben immer so eine vollgroße Toilette. Und wir Männer, wir müssen uns durchführen. Wir haben nur so eine kleine Mini-Toilette. So. Das geht nicht. Hier müssen hier stehen hin. Okay. Also. Es wäre dann. Pass auf. Auch keine durchlässigen Türen. Hallo. Wir wollen ja nicht Leute haben, die auf der Toilette gucken. Unverschämtheit. So. Deshalb müssen wir solche Türen hier machen. Ne. Ungefähr der Planung des Raumes. Dann können wir das nicht vielleicht doch noch so ein größer machen. Weil jetzt können wir haben wir hier so ein Toilettenräumchen. Aber jetzt passt meine Technik da nicht rein. Wir haben uns ja gerade schöne Technik überlegt. Pass auf. Dann kriegen die Männer ein Klo. Also so eine richtige Toilette. Man muss noch die Möglichkeit haben, die Tür abzuschließen. Merke ich gerade. Das müssen wir doch hinkriegen. Wir sind doch Redstone-Profis. Wir werden es doch hinkriegen, die Toilette abschließen zu können. Was machen wir mit einer Eisentür? Eine Eisentür? Ist das eine gute Idee? Eine Eisentür nicht. Na mein Wisch. Wir tun sollten, ob die Tür abgeschlossen ist. Und die Toilette braucht ja nur ein ganz kleines bisschen Technik. Also machen wir die Toilette hier so am Rand. Ja, das könnte was werden. So. Und dann können wir jetzt doch den Spender hier so hin machen. Der Optik halber. Hier kommt die Wand hin. Kommt der Toiletten-Eingang hin. Und hier kommt das Waschbecken hin. Waschbecken, Waschbecken, Waschbecken mache ich immer gerne ähm das da. Ein Cauldron nehme ich immer gerne, den ich hinstelle für den Waschbecken. So. Und wenn ich Wasser rein tue. Und dann nehme ich immer ganz gerne so. Das sieht ja aus, als ob hier so ein Wasserhahn, der da reingeht. Die geht ja auch ein bisschen ums Aussehen. Und jetzt hier die Toilette. Die bekommt hier ihren Flash-Knopf. So, so. So. Und so. Looks great. Ja, das ist meine Toilette. Die natürlich nach unten ihren Abzug bekommt. Also, man kann jetzt da hergehen, kann sein Geschäft machen und dann drückst du auf den Knopf und dann wird kurz gespült und die Toilette ist bereinigt. Und das wäre dann die Männer-Toilette. Ne? Die Frauen-Toilette. Die baue ich dann alleine und die baue ich auf Kämme. Die können wir dann zeige ich euch. Ich zeige euch die Toiletten. Wow. Unglaublich. Alle wollen sehen, wie die Toiletten aussehen. Ach, egal. Es gehört ja. Also, es wurde von so vielen Leuten gewünscht. Wann baust du endlich die Toiletten? Gut. Aber das ist jetzt eine sehr interessante Episode gewesen. Also, ein sehr interessantes Thema, um es mal so zu sagen. In der nächsten Episode allerdings dann vielleicht nicht. Nee, nächste, übernächste. Irgendwann in den kommenden Episoden wird uns dann ein Gast erwarten. Das habe ich ja schon alles gesagt. 101, ne? Aber egal, das lasse ich so schön stehen. Wann gibt es den Freizeitpark wieder als Download? Gar nicht, wenn er fertig ist. Und ich gebe ihn auch nicht als Insider zum Download. Ich mache ihn fertig. Und erst, wenn er fertig ist, kriegt er den zum Download. Denn viel ist es nicht mehr. Ein Großteil ist geschafft. Und ich möchte die Spannung ja aufrechterhalten. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. und Tschüüü!